So, okay, ach ja, okay, ja, bla bla bla. Ja, ich sehe euch hier fotzen, ich habe so ein geiles Visier. Hä, überlegen, ihr Spastis. Da dahinter. Wow, 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 wow. Jo, jo, jo. Äh, fahr mal hoch. Schock doch. Als wenn man das Gewehr nicht sieht. Oder Fug. Jo, tja. Direkt voraus, Drohne, startet. Wir dürfen sie nicht abheben lassen. Salazar, NEDG. Bin dabei. Spiderman, Spiderman. Okay, legen wir los. Jawoll. Okay, wir sterben. Ah, ne, noch nicht. Geil. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Überall Gegner hier. Das macht aber schon ganz schön Damage. Das macht aber schon ganz schön Damage. Bam. Was, was, hä? Nein, da, nein, da, erledige Sieg. Gibt's hier irgendwas? Hallo, Informationen. Ja, auch noch Informationen. Ah, Munition aufstocken. Das können wir hier. Was, das will ich nicht. Will das. Dann will ich das hochjagen. Ah, okay. Sind vielleicht doch keine dabei gestorben. Aber es hätte ja klappen können. Stirb doch mal da hinten. Ach, der ist in diesem Ding. Los, ich bin auf der Flucht. Jetzt. Meine Fresse. Da ist auch einer. War einer. Los, los, los. Wow, überall Damage hier. Verdammte. Ja, ja, weh, weh. Noch einer. Standard. Uuh. Uuh. Was legen EMPs lahm hier? Ach, nee, scheiße. Das war bei uns aber. Wir schießen die einfach kaputt. Ah, fuck. Das waren wir. Und das war keine EMP, glaube ich. Also, ähm. Ja. Nein, das ist nicht peinlich. Nein. Oder doch. Das ist keine EMP. Das Ding funktioniert immer noch. Oh, ja. Ja. Ja, mach ich gerne, Minion. Gute Arbeit, Mann. Geschützt, zerstört. Ja, nein. Ist das unsers? Nein. Wie wird's mal mit Damage machen, meine lieben Teamkameraden, hä? Oh, ho, ho. Mach ich kaputt. Wolltest du mich messern, ne? Kriegst du aber nicht hin. Lappen. Das ist er würde. Headshot. Das war keiner, aber, ähm, das geht auch. Passt schon. Und machst du Boom. Pass auf, wo du hintrittst. Die Flut kann Schäden verursacht haben. Ja. Mach auf. Will ja durch. Okay, schade, das geht nicht. Scheiße. Sieh dir das an. Was wir gesehen haben, war nur eine Ablenkung. Die Mauern sind mehrere Meter dick. Drinnen ist kein Empfang. Sag Briggs Bescheid. Wir gehen rein. Kraken, hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räume und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung. Kommunikationsausfall im Innern erwartet. Kraken bestätigt. Bodenteam rückt zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Salazar, aufmachen. Uh, kriegen wir jetzt einen Tarnanzug? Uh. Sexy. Feindliche optische Systeme. Unsere Techniker müssen das analysieren. Sieh den Anzug an. Wow. Oh, oh. Nein. Nicht diese Sprengautos. Wenn die das sind. Glaube ich zwar nicht, aber irgendwie Autos. Doch sind sie. Die machen nämlich besonders schön Schaden. Vor allem im Multiplayer. Nach oben. Los. Aktion. Sie wollen uns affensichtlich nicht hier haben. Ach, echt. Wusste ich gar nicht. Hab gedacht, die begrüßen uns jetzt. Bieten uns so schön Tee an und so. Geister, fliegende Waffen. Ui. Sterben wir zuerst nicht. Ich brauche nicht zu lange. Junge. Na komm. Wir müssen doch an den Rand kommen. Ach, leck mich doch an Eier. Dann gehe ich da halt hin und... Bleh. Oh ja. Die haben bestimmt eine Affäre. Ah, fuck. Das war schon wieder unser Mann. Hallo. Was ist das für ein Messer? Ach, ein stinknormales. Ach, jo. Ja, ja. Genau. Sei mal ein Arschloch. Oh Mann, ich denke immer, das sind unsere. Verdammt. Huren. Alles Wichser. Hat der da gerade nach Kaffee geschrien, Alter? Oh, fuck. Fuck. Okay. Ah. Gute Idee, Salazar. Du solltest hochreißen, du siehst. Ha, man sieht richtig, wie der da so schön Schmerzen hat. Lala. Oh, fuck. Lala. Oh, fuck. Lala. 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 Ben. Geh nach links. Schal, kam er nicht rein. Noch mehr automatische Geschütze. Fuck. An ihm vorbei. Machst du so. Oh nein, das sind zu viele. Oh, fuck. so geht das oder der noch beliebt das hört sich aber schön an das gewährchen hat er nur drei schuss alter? wo war der denn? wo kam der denn hier alter? verdammte Hurey ich schwöre ein schuss reicht schon aus ne Lappen Perfekt dann mal hin in die gute stube hier was wir für Action sorgen oh wie süß Wall-E Wall-E, Wall-E, Wall-E das ist ein 3D Fabrication Labor Waffenkomponenten kleine Waffen, so ein Zeug halt Toll ist die, stellt sich wohl auf einen längeren Krieg ein Wurz hat uns verraten wie viel Reichtum Enendes angehäuft hat jemand ist hier er hat in Waffentechnologie investiert hallo oder nicht hallo oh aber hallo Waffe hier ist jemand ähm achso da ist bestimmt jemand drin bitte nicht wehtun ok los komm dieses Labor hilft einem Terroristen reden sie schon oder ich tu ihnen weh mein Name ist Eric Briner ich bin Magnetometrist hi Eric ok und was will Menendez von ihnen? ich soll das Celerium verarbeiten eine neue seltene Erde die jegliche Mikrochip Technologie überflüssig machen wird sie kommen bringen sie mich lebend hier raus ich gebe ihnen alles unten bleiben runter oh nein oh nein oh nein schnapp dir ein paar Schilde achso die sind gut ok ich hab gedacht da wäre jetzt irgendwie irgendwie so eine Technologie die uns hier trülpen soll stellen sie als Deckung auf aber ok war noch so ein Wally ey ich seh euch oh damn it damn it damn it damn it damn it das sind zu viele ok irgendwie kommen wir so vor das hat nicht so dieses coole Visier geschafft also wo ist das Celerium ah der ist schon tot der Schließmechanismus muss zu zweit bedient werden der Schließmuskel auf ihr Zeichen ja folgen sie mir ok jo oh oh Quantenverschränkung dieses einzelne Gerät dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur oh ja im Labor hieß es dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will ich hörte von etwas namens Karma das muss der Name der Cyberwaffe sein wenn Menendez einen Celerium Wurm zum Angriff einsetzt gäbe es nichts was ihn aufhalten könnte selbst ich nicht oh fuck shit ja tschüss Eric ähm ja Hapa Statusbericht für die Unterstützung hinter uns vollkontakt oh unser Gerät ja man kann nicht mit der Ankunft des Extraktionsdienst rechnen Verteidigungspositionen da führt kein Weg nach ich wollte die Treppe hochlaufen und wir kämpfen uns raus ob mit oder ohne Unterstützung ok es ist noch nicht vorbei was aus lag ok nächstes mal mit vollem Magazin wow 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 ganz ruhig wow na ganz ruhig na da kommen wir ja gar nicht hoch was ist das für ein Saflan hier uh mit Exklusivpfeilen wenn das Pfeile sind ich glaube eher eher nicht ja was ich schieße zurück auch wenn du mein Freund bist es ist Briggs nicht schießen das ist das Extraktionsteam Mann bin ich froh euch zu sehen ähm ja achso da hinten was wir hin wir sind bestimmt böse ach ne das ist er den kennen wir auch noch ich denke die Mission war einer Förder Admiral Briggs schön sie zu sehen ebenso was auch immer Menendez plant Celerion ist der Schlüssel endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus er ist nur ein Mann Admiral er will sie glauben machen dass er mehr ist aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes ist auch auf auf Bis zum nächsten Mal.